Minecraft Heroes of the Village Short Review Zusammen mit unserem Tier müssen wir hier drei Gebäude errichten, bevor die Lagerfigur unser Dorf erreicht. Dazu können wir neue Landschaften erkunden, wir können Landschaften abbauen und dann hier Blöcke aus dem Sack zu ziehen und wir können gegen Monster kämpfen. Am Ende jedes Zuges müssen wir dann würfeln und wenn wir ein Lagersymbol würfeln, dann rückt diese Figur eins weiter vor und wenn sie es eben vor uns schafft, dann haben wir verloren. Heroes of the Village ist ein wirklich einfaches kooperatives Minecraft-Familien-Spiel. Mir ist es aber leider ein bisschen zu glückslastig, weil hauptsächlich entscheidet der Würfel, ob wir hier gegen die Lager gewinnen oder nicht und auch die Spielvarianz, die ist doch eingeschränkt. Ich würde euch dagegen lieber Minecraft Portal Dash empfehlen. Es ist ein bisschen ein größeres Spiel und wir müssen hier gegen Minecraft Monster spielen, können uns cool ausrüsten und hier steckt auf jeden Fall für längere Sicht der größere Spielspaß drin und auch dieses Spiel ist sehr familienfreundlich.